Mein Name ist Julia Brunnhuber, ich bin Business Developerin bei der Salzburger G im Bereich Digital Solutions, bin 23 Jahre alt und bin im Juli neu ins Team dazugekommen. In meinem Job beschäftige ich mich vor allem mit dem Markteintritt von neuen Produkten, von neuen digitalen Produkten und achte darauf, dass die Strategie der Green Tech Company auch gut umgesetzt bzw. auf den Markt implementiert wird. Im Alltag beschäftigt sich Julia derzeit vorrangig mit dem Thema Energiegemeinschaften. Hier bekommen Menschen die Chance, sich zusammenzuschließen, um Energie gemeinsam zu nutzen. Bei den Energiegemeinschaften geht es darum, dass Personen die Energie, die sie mit ihrer PV-Anlage, mit ihrer Photovoltaikanlage produzieren. Auch mit anderen, die eine solche Anlage nicht haben, teilen können. Also wir tragen quasi aktiv zur Energiewende bei, indem andere grünen, nachhaltigen Strom direkt von den Produzenten konsumieren können. Wir haben bereits einen Piloten gestartet in der Maya Wies und dort sind wir dabei, dieses System zu vertesten. Wir kombinieren das mit einer digitalen Plattform und daher sind einige Komponenten dabei, bei denen wir sicherstellen müssen, dass sie ohne Probleme funktionieren, bis wir auf den Markt kommen. Vorteile gibt es hier sowohl für die Energieproduzenten als auch Konsumenten. Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglichen, dass wir Einsparungen realisieren können für die Produzenten von PV-Energie, von Photovoltaik-Energie. Und diese Einsparungen können wiederum genutzt werden, um den Konsumenten billigeren Strom anzubieten. Also wir haben quasi einen gewissen Spielraum, der den Produzenten ermöglicht, mehr zu verlangen als der Einspeisetarif, ins Netz ist und den Konsumenten ermöglicht, gleichzeitig aber dennoch billigere Energie zu konsumieren. Julias Alltag ist vor allem abwechslungsreich und fordert Flexibilität. Die größte Herausforderung ist definitiv die Komplexität. Also in der Früh in der Arbeit anzufangen oder im Büro anzufangen und dann zu wissen, gut, am Ende des Tages wird sich irgendetwas verändert haben. Irgendein neues Wissen ist dazugekommen, neue Information ist dazugekommen und auf die müssen wir reagieren. Besonders viel Spaß macht die Arbeit im internationalen Kontext. Also wir arbeiten auf Englisch und auch mit mehreren Kulturen im Team. Dann haben wir natürlich noch diese Komplexität im Produkt, die zusätzlich Spaß macht, im Sinne von man lernt jeden Tag neu dazu. Und die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, was vor allem in meiner Schnittstellenfunktion notwendig ist, macht auch sehr viel Spaß. Meine persönliche Motivation für diesen Job ist es, dass ich wirklich sage, ich kann etwas bewegen, was der Nachhaltigkeit der Gesellschaft zugutekommt. Durch die Arbeit hier weiß ich, dass ich grundsätzlich bzw. dass ich direkten Einfluss habe auf das, was die Leute an Energieprodukten konsumieren können, was sie kaufen können und wie sie gleichzeitig zur Energiewende beitragen können. Wenn ihr Lust auf einen Job bei der Salzburger AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at. slash durchstatterin.